Celebrations steht vor der Tür, die Karten sind bereits geleakt und wir wollen uns heute das Main Set mal etwas genauer anschauen. Es wird auf jeden Fall interessant, also dranbleiben. 25 Jahre Pokémon und das wird gefeiert. Mit Celebrations bekommen wir ein Anniversary Set, was es in sich hat. Insgesamt haben wir passenderweise 25 Karten im Hauptset und bis auf die Ausnahme der ersten Gen haben wir jeweils die Cover Pokémon der Basic Editions der Videospiele von Generation 2 bis 8 als Karte vertreten. Was beim Betrachten später direkt auffallen wird, die jeweiligen beiden lehrenderen Pokémon werden immer gegeneinander gerichtet sein. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Karten aus der ersten Generation und abmalten uns dann zu den neueren Gens durch. Pokémon Rot und Blau. Die ersten Videospiele der Pokémon Reihe und auch das Cover der Edition ist besonders. Bis auf einige Ausnahmen bei den Zusatzeditionen, wie zum Beispiel Kristall, waren stets die legendären Pokémon auf dem Cover der Videospiele. Aber zurück zu den Karten. Pikachu hat 5 verschiedene Karten erhalten und direkt die erste Pikachu Kart aus Celebrations ist ein richtiger Knüller. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Pikachu Artwork aus dem Base Set. Und jetzt bekommt Pikachu von diesem Artwork ausgehend eine Full Art Karte. Es ist auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingskarten aus Celebrations. So viel kann ich schon mal verraten. Was allerdings massiv stören könnte, ist das 25 Jahre Logo auf der Karte. Wenn man mal ungefähr schaut, wo es platziert ist. Ja, also ich weiß nicht so recht. Das könnte diese wirklich richtig, richtig schöne Karte echt enorm abwerten. Aber Pikachu hat natürlich nicht nur eine Karte im Set bekommen, sondern direkt, wie angesprochen, 5 Stück. Das heißt, 4 stehen noch aus und die anderen 4 Karten sind jeweils einmal das fliegende Pikachu als V-Variante und als V-Max. Als auch das surfende Pikachu als V-Karte und als V-Max-Karte. Eben von den beiden damaligen Promokarten, dem surfenden und fliegenden Pikachu abgeleitet. Machen wir weiter mit Mew. Mew bekommt zwei Karten. Einmal eine normale Holo und dann eine Full Art Gold Shiny Karte. Und letztere ist natürlich ein absoluter Bänger. Farblich passt die Kombi mega zusammen. Und die Karte wird wahrscheinlich auch eine der begehrtesten Karten aus dem Main-Set werden. Wodurch die normale Holo inspiriert wurde, konnten wir bisher leider noch nicht rausfinden. Wenn ihr da Ideen habt, haut das sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Es gibt zwar diverse Mew Karten mit leicht ähnlichen Hintergrund. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen solltet, schreibt es uns in die Kommentare. Professor Eich und Professor Eich. Zwei Karten. Einmal als normale Trainerkarte und einmal als Full Art Version. Die normale Karte unterscheidet sich aber auch in einem wichtigen Detail von den Standard Trainerkarten. Denn der Arm von Professor Eich geht über den Rahmen des Bildes hinaus. Das kennt man unter anderem von den Level X Karten. Und ein weiteres cooles Detail ist noch, die Post-its sind in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau gehalten. Und dann sind wir auch schon in Joto angelangt. Ho-Oh und Lugia. Beide Karten kann man wunderschön zusammenlegen und sie ergeben ein kleines gemeinsames Bild durch den geteilten Hintergrund. Damit sind sie übrigens nicht allein. Nur mal so als kleiner Spoiler. Dass Ho-Oh die Karte mit der Set Nummer 1 ist, könnte eine kleine Hommage an die Pokémon-Serie sein. Denn in der allerersten Folge sehen wir dort auch bereits Ho-Oh am Himmel fliegen. Pokémon Saphir und Trubinen. Die dritte Generation. Meine Lieblings-Gen. In Höhen begann nicht nur mein erstes eigenes Pokémon-Abenteuer und ich lernte meinen ersten treuen Begleitergeg Arbor lieben. Nein, die dritte Gen ist bis heute für mich persönlich die Generation, die mich am meisten überzeugen und fesseln konnte. Und nun haben Groudon und Kaioke diese wunderschönen Karten bekommen. Angelehnt an die Full-Outs aus Double Crisis, zwei meiner All-Time-Favorite-Karten aus dem gesamten TCG, sind diese beiden Karten die, die ich unbedingt aus dem Set haben muss. Dialga und Palkir sind ebenfalls im Set vertreten. Aber die beiden Karten lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Man kann sich ja über Design streiten und ja, es ist ein 25-Jahres-Set, aber dieser 3D-ähnliche Effekt, den wir auch damals auf den Diamonds- und Pearl-Karten hatten, der mag vielleicht vor 15 Jahren noch cool gewesen sein, aber mich persönlich holt es einfach nicht ab. Klar, es passt zum Verlauf des Pokémon-TCGs, aber diese beiden Karten sind für mich mit Abstand die beiden schwächsten Karten aus dem ganzen Set. Gehen wir also schnell eine Generation weiter und diejenigen, die schon lange dabei sind, werden jetzt sagen, Halt, das Design von Reshiram kommt mir doch bekannt vor. Ja, genau. Stichwort Legendary Treasures. Wir bekommen eine andere Ansicht vom alten Artwork von Reshiram. Ist das nicht toll? Mal abgesehen, dass man sich über den Zeichenstil streiten kann, ob er einem gefällt oder nicht. Im Zusammenspiel mit Sacrums Karte sind die beiden Karten wirklich gelungen. Übrigens, Legendary Treasures, kleiner Fun-Fact am Rande. Kennt ihr eigentlich das Morpeco Artwork aus Glänzendes Schicksal? Haha. Und man könnte denken, dass man sich von dieser Karte hat inspirieren lassen. Potrott aus Legendary Treasures. Zufall? Xerneas und Ivetal. Das erste bringt das Leben, das andere nimmt es. Beide Karten erinnern stark an vorhergegangene Karten, aber weitere Infos bezüglich der Artworks haben wir bisher leider nicht rausfinden können. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Generations war das Jubiläumsset zum 20-Jährigen und hat uns einige tolle Karten mitgebracht. Unter anderem eine Storyline mit Glumanda und seinem Trainer. Je älter der Trainer wurde, desto weiter hat sich Glumanda entwickelt. Und das ganze Konzept war damals auch noch nicht ganz unbekannt. Denn auch dieses wurde aus dem damaligen Set Legendary Treasures geklaut. Denn eine ähnliche Storyline gab es auch mit Floink. Und auch in Celebrations dürfen wir mit Lily und Cosmark eine ähnliche Geschichte erleben. Während sie sich auf der ersten Karte noch als Team finden müssen, entwickeln sich beide zu einer echten Einheit weiter. Und zu guter Letzt Seishin und Summer Center, die Legis der 8. Generation. Und sie bekommen, wie soll es auch anders sein, die in der 8. Generation eingeführte V-Karte. Beide passen vom Artwork zusammen, wenn man sie wieder nebeneinander legt. Und das war es dann auch wieder, was man zu den beiden Artworks sagen kann. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar Informationen über die Karten erfahren, die ihr zuvor vielleicht noch nicht wusstet. und wir würden uns sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und ich sage, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.